Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay mit Ghostsblood, hallo! Hallo! Jo, ähm, ich glaube Johannes fährt. Nein, ich fährt nicht. Er fährt jetzt, ok. Ich nicht, ich bin Beifahrer. Du bist der Beifahrer, ok. Ja, und ich bin hinten, rechts. Kann sein, ah, jetzt seh ich. Ach, genau. So. Das ist mein Auto. Dein Auto. Hat's jetzt Ghost Mode, glaube ich, danke. Damit er ist erst acht, wie er das so. Ähm, das, äh, wissen. Zufällig. Ihr fahren könnt, weil viele Spiele sind dann aggressiv. Haben ein paar schon erledigen müssen, weil sie uns genommen haben. Genau. Und die Boten spielen auch. Und nicht zu weit ins Wasser. Ich glaube, mit Ghost Mode kommen wir nach unten raus. Das ist super. 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 isch okay? Das ist super. Schlecht. Ich kann euch nicht auf Unter Basel-Modus Ah toll! Der F-A721 Wow! Du musst dich wirklich bewiesen Das ist der andere Kann das sein, dass er sich unsichtbar hat bei einer Entfernung mit Orbitalkanonen erledigt hat? Ich bin deutsch. Hm. Der Kritiker. Kommt er wieder um uns erledigen. Super. Seid ihr denn gespawnt? Also ich bin am Strand gespawnt. Ja, aber ich sehe mich jetzt genau genau. Also welches Spiel du bist. Komm ich mal zu dir, weil es ein bisschen aggressives Spiel hier ist. Das ist Johannes, das ist klar. Ah, du bist jetzt hier oben jetzt, ok. Sehr gut. Die Bedienung der Map ist mit der Trastatur ein bisschen blöder. So schlecht wechseln kann zwischen den Spielen. Jetzt sind auch gerade der Boden auf dem Weg. So. Ich komme runter. Schlimm. Okay, die anderen Spiel sind scheinbar weg jetzt wieder gut. Ja. Ja. Ja, der Maus genau. Ja. Ja. Schwimmen macht Spaß und geht ja. Ja. Die Bälle hilft mir ein bisschen. Schnelle Schwimmen. Ja. 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 Nämnden kann man jetzt schießen. Ich kann mich zu nah am Stand fahren wegen dem Panzer. Ja. Schießt. Aber nicht mehr. Die haben uns alle überlebt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Also wenn er nur mit Hüpfen geht, geht er hoch aufs Boot, aber ohne Riechboot. Super. Alter, was ist denn das für ein Gerät? Das ist DER Gerät. Dünne Kippampmaschine. Ich habe Lust, den Blue Witch abzuknallen, aber ich mache es nicht, weil ich mich aussoziare. Ich möchte eigentlich den, der Rote, im Panzer finden, aber dann sieht es die Map auch nicht mehr richtig. Der EPUFAN ist wenigstens weg, der hat uns abgefuckt. Ungemal, also gejagt. Äh, Map nicht laden. Also, auf der Jacht kann man irgendwie eine große Mapappen. Ah, direkt mal wieder hin. Was ist genug da vorne? Ah, fast hätte ich ihn getötet, nur noch ganz wenig reden. Man, das ist so extrem sensibel, die Störung. Man soll einfach aufhören. Genau. Super. Okay, dann stell mal ein. Ja, ich bin jetzt auch da, ne? Also spiel du am besten. Wenn die Leute so meinen und sie müssen uns nerven während dem Gameplay, dann... Go see. Okay. Soll ich meine Mapappen anstellen? Genau. Okay, also mein Bruder sagt, ich soll meinen Mapappen anstellen. Okay. Perfekt, oder? Also der Blue Witcher 3 musst du mal kurz kicken. Nur ihn. Ja, der sollte nur drin bleiben. Der kann ja nur schiessen und so weiter. Und wenn du wieder joinst, kannst du ihn wieder klicken. So, ich hab ihn erledigt. Das ist gar nicht der beste Sniper. Nein, das ist das. Beste Sniper. Okay. Nein, das ist auch gar nicht so gut. Also so kann man nicht so gut mit ihm. Hm. Ich versuche ihn aber nochmals abzuknallen. Er nervt schon. Wie einfach wieder tot ist und snipet. Haha, hat mich nicht getroffen? Ich hab ihn nicht an. Ich hab ihn nicht an. Ach, schade. Ich hab ihn nicht an. GG. Dafür gibt's einen GG. Haha. Haha. Danke. Das Modemnü hilft natürlich wieder sehr, wenn Leute abfacken. Aber, ja. Wir sind einfach auf dem Jet Ski rauf und die haben wir uns abgenommen. Also, haben wir auch mitgemacht. waren die besseren. Oh Gott, das ist tatsächlich noch mal wiederholt. Nein. Ja gut, dann gibt es auch nicht mehr. Aber sehr merkwürdig, wenn man einfach runterrutscht. Also dann machen wir Schluss mit dem Video. Morgen oder übermorgen kommt, denke ich mal, noch mal eins ein bisschen länger. An so einer besseren Zeit. Tschüss.